herzlich willkommen zu einer folge hier bei zählen die studie heute mal losziehen und ein quest erledigen aufbrechen sauerpunkt über zombie verarbeiter und hilfsarbeiter und dann machen und nebenbei unterwegs schauen für so alles bekommen also dann hause nehmen wir gleich mit ich habe immer ein bisschen licht gemacht bloß mal licht brauchen war nicht so einfach aber ich habe es hinbekommen so zombie arbeiter ist machen wir mal hier oben war das da zum gelben punkt wollen wir hin da fahren wir jetzt hin rechts ist hier die anzeige mit meteranzahl 538 und da schauen wir mal was wir da erwarten viel erwarte ich davon nicht aber wir haben ein bisschen zeit das können wir uns beschäftigen 360 kann nicht mehr weit sein aber noch was ja hier wo du weißt was muss ich immer hier ist T und mal T mit ne 136 136 aha gerade hier ne unschöne Gegend hier ne 82 64 da kommen wir nach oben und können wir es ein bisschen genauer einsehen 71 Meter 50 50 50 50 ach da kann man auch kaum erkennen so park mal hier hin so oh das ist nicht gut das ist ein köder haha der wird mir mal angreifen gut dachte ich mir wird schwierig aber gut der nehmen wir mal aus ne wie gesagt was wir mitnehmen können machen mit ich habe mich auch festgestellt dass die knochen fehlen also die vorräte gehen zur neige und da wäre es klug so wir nehmen mal maschinengewehr ne aufladen abgaben sie ist aufgeladen ja gewehr geht nicht mehr pistole äh geht auch nicht mehr gut maschinengewehr eins so das ist so e e Was ist das? So, das war's. Ja, rechnen Händler, in welchen? Ja. Wo ist der, seid ihr noch dabei, seid ihr? Nein, normal nicht. So. Gute Frage, ne? Ja, rechnen Händler. Gut, dann fahren wir zum Weißen auf dem Zeichen, ne? Irgendwann fahren wir so zum Händler, ne? Gibt ja mehr, aber das macht gesehen, ne? Da haben wir uns gerade beschäftigt. Mal gucken, was er ist. Generator. Es geht in die Richtung, die Jungen, es geht in die Richtung, ne? Gehen. Fangen wir dicht tiefer rein an dieser... ...Brühe hier. So, Gas geben. Befürchtet, dass heute der Blutwund ist? Da wird irgendwann mal die Zahl, äh, Zeit, Tagsfall 60 rot. Und dann geht er, stellt es zurück und vorbereiten. Was wir machen können, ne? So, das ist schon ein bisschen angenehmer vom Wetter her. Ganz kurz Kontrolle machen. Runde müssen wir jetzt geradeaus, dann rechts. Gut, okay. Oh, blöd. Wir fahren gleich rechts und dann hier, ja. Hier der Fluss im Weg. Schlagartig, wenn er schlecht, ne? Das war's noch kurz. Dann kommen wir in eine bessere Gegend. Also hier ist gerade der Händler. Ja, vielleicht ist er sogar der. Wollen wir mal reingehen. Obwohl wir eigentlich nichts zum Kaufen haben, ne? Und ganzes Geld nicht dabei. Ja, hier Mais. Welcome to Trader Joe's. Everything. Well, I guess I'm going to have to pay you now that you did it. Ah. Oh. tage wo das jäger ist können wir schon der große cup dabei habe ich dabei verkaufen haben wir auch nichts großes was ich kaufen wollte ist eigentlich oder fast aber ja auch nicht glas honig kühlmaschen mod werkzeuge kleidung munitionskasten tue sehr gut ich bin aber auch nicht haben wir passen abreichend emotionen ja ich brauche hier müssen kann man ja mitnehmen aber für 20 weiß noch nicht zehn stück die machen mich auch nicht reicher so und haben hier schönes messing 260 bis zu warm um so nicht bist du willst wir ruinieren schrub schützen tun ich habe nicht so viel ich nehme mich mit. Ich hoffe nicht so viel. Panzerbrechen, ja. Aber, aber, ich lieber Zelle herstellen. Das wäre auch nichts, ne. Besser hier noch mit. Das brauchen wir garantiert. Ich lasse die Tür auf deinen Weg hin. Ich werde den Zähler her. Tschüss. Gutes Geld ist bei mir, ist auch allen Zähler. Aber er hat auch nichts gehabt, was mir wert war. Was mir gedacht hätte. Hier ist warm. Aber ist auch Regen. So, Ausrufezeichen weiß. Einen blögen Geier lassen hinter uns. Da wird es eh verfallen. Wollen wir eigentlich noch nicht hier? Glaub nicht. Wir fahren mal zum weißen Ausrufezeichen. Wollen wir sehen, was das ist. So, kann nicht mehr weit sein. So. Da sind mehrere. Leute, hier ist ein Friedhof. Jetzt da liegen bleiben wollen. Friedhof heißt eigentlich für mich, hier was zu holen. So, habe ich Schaufel dabei. Jups. Das habe ich. Das heißt, ich will keine Leichen ausgraben. Ich möchte in den Gräbern die Munition rausholen. So, hier wird auch einer liegen. Ups. Jetzt muss ich einen Sarg, ne? Denn die Leichen sind ja alle woanders. Das hat sich schon gelohnt. Oh, das bin ich aber. Man kann hier alles haben, ne? Fein, fein, fein. Das zeigt an, du. Oh, wieder Munition. Ha, 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 ha. Opfergaben, Munition, ne? Geben wir in die Reihe. Oh, Eier? Also, ich will keine Eier. Was ist das für ein Scheiß? Das ist für ein Scheiß. Das muss man um Land machen, ne? Uh, ha, 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 ha. Na ja, noch zu mal viel. Hm. Gut, da ist nix. Dann gehen wir hier die Reihe nach, ne? Huch. 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 Dann muss man den Punkt erwischen, wo er anzeigt. Papier. Na, Testament, wa? enttäuscht fein schatten ich dachte eben da kommt kommt was ich ja sein könnte so haben auch nicht da haben wir zum lernen so 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 Ja, 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 ja. Ja, das war ein Hund. In den glühenden Augen. Jo. Kommt die bei einem alle her. Tja. Ja, ja, mal ein Messer rausholen, ne? Junge Messer. Verbanden und behalten. War nämlich... Na eh. Viele Knochen. Oh, viel Fleisch. Da gehen wir auch noch rein. Aber immer die gucken. Schaufel. Hup. Leer. Munitionen, die wir gekriegt haben, gleich wieder weg, ne? Naja, gut, teilweise. Da haben wir schon geguckt. Hier scheinen keine mehr zu sein. Oh. Oh. Oh, hier sind ein paar Leute, ne? Hm, nix an mir. Nicht schlecht. Das war wieder ein guter Griff. Gut, nicht jeder muss immer was drin sein, ne? Jeden zweiten reicht auch. Oh, Messing, das ist auch gut. Da freut sich die Schmiede. Hat sich schon gelohnt. Oh ja. Da ist nix. Gehen wir mal ins Häuschen, ne? Auch hier ist ja noch was. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das können wir gleich essen, das können wir zerlegen jetzt haben wir noch nicht brauchen können ja gut ein teil oder sieben teile schrott das können wir lesen lernen gibt ja auch meine 50 xp und ich wusste davor nicht da ist ja noch mal drinnen ach ja je aber letztes mal wir haben hier ausgeräumt man macht sowas so pokal ab hier wir eigentlich normalerweise auch könnte man auch weg werden das billbrett wir werden hier nicht alles kriegen können aber schau mal total total wo man die axt wieder ein guter freund Fertig. Fertig. Abkommen. So. Oh nein. Also kann man sehen, ich war doch in der Ecke, habe ich noch nicht gesehen. Ich habe mir nicht aufgefallen, dass hier eine Kirche ist. Genau, da wollte ich hin. Aber ich sehe schon, so kommt das nicht nichts. Und das ist sehr wichtig, dass ich ein bisschen Munition spare. Ja, wo ich jetzt schon reichlich habe, Anführungszeichen. Aber das kann man einfach mal so nie genug haben. Also. Entscheiden. Was haben wir schon. Das kann man gut verkaufen. Das bringt nämlich 176. Das geht. Ansonsten bin ich enttäuscht. Das ist mal nicht schlecht, ne. Gott sei Dank kein Toder. So. Das ist der Hinterausgang. Gibt es noch eine Etage mehr? Nö. Also gibt es nur. Hm. Ja. In den Ecken. Irgendwelche Überraschungen. Nö. Nö. Du seht das nix. Glas. In der Ecke wird. Nö. 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 Hier betet keiner mehr. Die haben sie alle verabschiedet. Ich habe noch keine Lebendigen hier gesehen. So. Das hier noch mitnehmen. Das ist typisch. Kein Platz. Was machen wir jetzt? Wir. Das Gras können wir hauen. Dann nehmen wir das Messer nach oben. Also du musst halt nicht. Altbad morgen sein. Noch mal die Tage aufschreiben. Nach sieben Tagen ist das so. Das behaupte ich nicht. Also Munition haben wir schön gefunden. So. Was haben wir schon jetzt? Ausgezeichnet kommt näher. Da ist die. Das erste Gebäude, was wir gesucht haben. Die Bibothek. So. Näher ist hinter Maisfeld. Da fahren wir hin. Weil wir schon voll sind eigentlich. Halt. 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 Absteigen. Wir müssen tanken. Also. In einer. Äh. Situation. Wo gerade viele Zombies kommen. Musst du tanken nicht leer sein. Unser Zeitprozent. Und. Es ist nicht lange gedauert. Der Deck muss jetzt hier vorne irgendwo sein. In der Ecke hier. Dazu nehmen wir mal hier mal eine Pistole an den Griff. Und dann gehen wir auch hier mal so ran. Bin voll verloren. Das ist nicht gut. Das heißt. Unser Teil stellen wir hier auf. Ich weiß ja nicht mal wo wir kommen. Straße oder Wüste, ne? So. Abgang. Voll verloren. Abgang. 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 Zum Beispiel. Jetzt hier den das gut durch. Jetzt hier das Gute. Wow. Uh. super so jetzt heißt es so ich bin dahin laufen ja wo ist das in meiner nähe das heißt auch nee so das soll es vorher gewesen sein wie mache ich mache gleich weiter und dann laufe ich mal kurz hin und da seid ihr dabei und gleich geht es weiter tschüss